Gott sei Dank hat Ross mich trainiert. Die vielen Märsche und Kletterpartien. Es ist fast so, als hätte er mich die ganze Zeit auf so etwas vorbereitet. Es ist klar, dass hier Menschen leben. Und sie sind organisiert. Sie töten und rekrutieren. Aber warum? Es ist wie so eine Art Kult. Aber was für ein Kult? Was wollen sie? Wonach suchen sie? Wasei, Waffel, Fertig. Ich halte die Knoten. Es ist die Kugel. Wenn sie auf dem Kott haben, wäre mir Glück, würde ich sie nicht finden. Sie sind vom Knoten. Man kann sie nicht wegnehmen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Ich habe mit einigen Dorfbewohnern der Insel gesprochen. Es war zwar verboten, den Palast zu verlassen, doch das focht mich nicht an. Meine Pflicht ist klar, Wahrheitsfindung. Aber die Geschichten hier sind kaum zu glauben. Gerüchte sprechen von einem Bündnis der Königin mit der spirituellen Welt. Angeblich beherrscht sie Sonne und Regen. Ihr Land ist fruchtbar, alleine weil sie es will. Das muss Unsinn sein. Aber wo rührt derlei Geflüster her? Kontrolliert sie so ihr Volk durch Ausnutzen primitiven Aberglaubens? In allen Augen lag Ehrfurcht, als sie von ihr sprachen. Doch ich spürte auch Furcht. Ihre Untertanen werden gut behandelt. Die Steuern sind moderat und der Schutz durch die Sturmwache ist ohne Tadel. Kein Wunder, dass einige sogar zu ihr beten. Als wäre sie nicht bloß eine Königin, sondern fast eine Gottheit. In ihrem Volk Unzufriedenheit zu schüren, könnte es schwieriger werden, als erwartet. In ihrem Volk Unzufriedenheit zu schüren, könnte es schüren. Eine Art Mörser und Stösel. Wahrscheinlich für das Zerreiben von Heilkräutern. Unten im Mörser befinden sich kleine Knochenfragmente. Hoffentlich von Tieren. Untertitelung. Was ist das? 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 Das muss alles nicht sein! Was ist das? 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 Frieden haben, jetzt kommt es. Diese Münze fand ihren Weg nach Japan vermutlich irgendwann Mitte des 19 Jahrhunderts. Was ist das? Keiner. Das wird zur Hölle. Durchgemacht. Dass die nach so vielen Jahren noch funktionieren. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Versalte. 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 Das war's für heute. Was ist das? Eine Münze der Edo-Periode, geprägt im späten 17. Jahrhundert, könnte aus vielen der alten Wracks auf der Insel stammen. Was ist der Bunker? Zweiter Weltkrieg. Wahrscheinlich japanisch. Es ist eiskalt. Was auch geschieht, ich folge jetzt Vater Matthias. Ich sitze zwar auf dieser Insel fest, habe aber den bestmöglichen Job. Er nennt mich seinen ersten Solari. Matthias mag wahnsinnig sein, aber er ist klug und gefährlich. Er weiß Dinge über die Insel. Ich glaube, er ist unsere einzige Chance, hier jemals wegzukommen. Matthias sorgt für uns. Wir haben Waffen und Nahrung. Alles, was die Stürme anspülen, gehört uns. Und wir bestimmen das Schicksal neuer Überlebender. Wer sich auflehnt, wird getötet. Wir sind die Herren dieses Gefängnisses. Das ist alles. Echt? Wofür? Hier rüber! Wofür? WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Oh, come on. Untertitelung des ZDF, 2020